Gleich geht es über die Straße. Hier ist ich glaube 70, aber manche Bretter waren hier ziemlich rücksichtslos. Lange Zeit haben wir uns gar nicht getraut, weil ich glaube da kommt gerade ein Linienbus. Also hier ist immer viel los. Aber üben, üben, üben. Was ist denn? Wahrscheinlich Junggesellenabschied. Früher waren es Pferdekutschen mit Planwagen, dann Trecker und jetzt ein ausrangiertes Feuerwehrauto. Hinter uns? Ja, sieht gut aus. Wir reiten jetzt auch ein Stück parallel zur Hauptstraße. Jetzt sind sie entspannt, haben den Kopf unten, hören aber gleichzeitig die Autogeräusche und gewöhnen sich noch ein bisschen mehr dran. Vor allen Dingen entspannt weiter zu gehen, auch wenn es laut ist. Und natürlich müssen wir auch wieder zurück über die Straße. Ja, das war seltsam. Komm her, Bubar! Also heute passt es mit Waldbaden, weil hier ist alles nass. Bist du auch nass geworden, mein ganzer Helm ist nass, aber wir sind ja nicht aus Zucker.